Jetzt kommt was? Die Clarisonic wenden wir jetzt an. Eine Kooperation von Kerastars und Clarisonic. So wie du ihn und einer schon zu Hause hast fürs Gesicht, ist dir speziell nochmal für die Kopfhaut gedacht, um Ohren tief zu reinigen und abgestorbene Hautschüppchen abzunehmen und dir ein Gefühl von Wellness und mit intensiven Massage zu bringen. Gut. Ich habe das eingeschaltet. Entschuldigung, wenn du dich vor und nach und nach und nach und nach. Wie funktioniert das? Mit dem Haarbad sozusagen. Okay, gemeinsam. Das heißt eine Porn tiefe Reinigung, rückstandslos sozusagen in Kombination mit der Massage, wirkt uns auch intensiver, wenn wir die weiteren Fehlstoffe auftragen. Okay. So, los geht's. Ich starte jetzt bei den Schläfen, gehe über den höchsten Punkt des Kopfes und retour zum Nacken. Das heißt, wir arbeiten eigentlich in Linien über den Kopf und schauen dann aus wie wenn ich ein X über deinen Kopf malen würde. Mhm. Und da kommt man trotzdem zu den Haaren, obwohl die Haare ja da sind. Also ich komme trotzdem zu Kopfhaut. Ganz genau. Genau. Selbst wenn wir jetzt Rückstände an den Haaren hätten, könnten wir mit der Clarison ganz leicht über die Haare drüber gehen.